Wow, Alter, oh man, das tat richtig weh, aah, aua, hey, was soll das, ich hab doch nur meine Miete nicht bezahlt, warum schmeißt ihr mich hier aus dem Haus raus, oh man, spooky, ich wurde einfach gerade aus meinem Haus rausgeschmissen, weil ich die Miete nicht bezahlt hab, oh man, wo sollen wir denn jetzt heute noch schlafen, oh man, ey, was für ein Vermieter, ey, nur weil ich jetzt drei Monate meine Miete nicht bezahlt habe, hat er mich einfach rausgeschmissen, oh man, ey, ich hab nicht mal meine Klamotten mitnehmen können, guck mal, ich hab einfach nur einen Pappkarton an und meinen einzigen Schuh, ich hab den anderen Schuh nicht mal gefunden, oh, ist das unfair, ey, so ein dummer Vermieter, ey, nie wieder will ich werden, ey, nie, nie wieder, ich hab nicht mal Geld jetzt mitbekommen, ich hab gar nichts, guck mal, hier, den Swimmingpool, dafür geh ich jetzt hier rein, guck mal, haha, ich nutze den Swimmingpool hier aus, ahaha, einmal kurz duschen nochmal, oh ja, letztes Mal duschen, oh, so, perfekt, haha, okay, jetzt hat schnell das Buch, ja, holen wir von dem ab, so, oh man, ey, jetzt müssen wir leider draußen leben, oh man, mein letztes Haus, ich dachte, ich könnte vielleicht ein paar Monate daraus haben, ein bisschen Geld verdienen, aber es hat leider nicht funktioniert, oh man, jetzt muss ich hier draußen überleben, okay, ey, Spooky, ich würd sagen, hm, ich glaub, das Beste wäre, wenn wir, wenn wir in die Stadt gehen, oder, was denkst du, Spooky, weil hier im Wald, hier ist gar nichts, guck mal, hier ist einfach nichts, nichts los, hier finden wir wieder Essen, hier finden wir wieder einen Job, wir finden gar nichts, okay, wir müssen, das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist erstmal Geld verdienen, ich hab jetzt einfach kein Geld, keine Klamotten, kein gar nichts, und so soll ich den ganzen Tag leben, ey, oh man, was für ein abendsinniges Leben, ey, so will ich nicht leben, okay, ich hoffe, dass ich in der Stadt zumindest irgendwie einen Job finde, oder was zu essen, oh, mein Magen knut auch schon, oh, guck mal, Spooky, guck mal, was wir gefunden haben, da, die Pizzeria in Wobble Life, oh, Junge, ähm, ich frag mal, vielleicht, vielleicht geben sie mir eine Pizza umsonst, könnte ja sein, oder, ich meine, vielleicht sind die ja nett, und geben mir einfach eine Pizza, hm, ich hab zwar kein Geld, was ich denen geben kann, aber, ah, ich frag mal einfach, man kann ja auch mal fragen, guck mal, oh, guck mal, da liegt einfach eine leckere Pizza rum, oh, und eine Cola, guck mal, hier liegt auch so viel Essen rum, guck mal, wie viel Essen hier rumliegt, hier ist aber niemand, der Essen aufisst, und es liegt hier einfach hier rum, Alter, oha, guck mal da, unter dem Tisch, Spooky, guck mal da, da liegt aber eine Pizza auf dem Boden, wer war denn hier am Essen, die haben hier einfach alles, Pommes liegt hier auch herum, die haben mich hier einfach alles liegen lassen, oh, ich schnapp mir die Pizza hier auf dem Boden, ich glaub, die machen am liebens dagegen, oder, lass mich mal da durch, Ach, komm schon, okay, schnapp dir eine Pizza, schnapp dir eine Pizza, ey, ey, oh, ich hab sie gleich, ich hab sie gleich Ey, sie da, hä, ey, sie, raus hier, keine Pizza umsonst, haben sie verstanden, raus hier, die darf kein Obdachloser bleiben, verstanden? Was? Nein, ich, nein, nein, bitte, bitte, ich möchte einfach nur eine Pizza hier, guck mal, guck mal, die liegt überall Pizza herum, das isst doch sowieso niemand, das brauchen sie doch gar nicht, oder? Ich meine, das kann ich doch nehmen, bestimmt Oh, Mann, ey, guck mal, niemand, nicht mal Pizza geben die uns, oh, Spooky, was sollen wir denn tun, ey, die schmeißen uns hier einfach überall raus, oh, als Obdachloser hier in der Stadt zu leben, oh, wie soll es jetzt noch schlimmer werden, ich hab so tierisch Hunger, oh, ich brauch irgendwie Geld, ich muss so schnell wie möglich irgendwie an Geld kommen, vielleicht, oh, Spooky, ich glaub, wir müssen ein bisschen betteln gehen, okay, ich glaub, wir setzen uns irgendwie an die Straße und betteln mal ein bisschen, vielleicht bekommen wir irgendwie einen Dollar oder so, ich glaub, das sollte reichen für eine Pizza, ich meine, was soll jetzt noch schon passieren, damit es noch schlimmer wird, oh, jetzt, Jetzt fängt es auch noch an zu regnen, oh, nein, mein Karton wird komplett nass, oh, nein, ich bin jetzt komplett durch Ness, Spooky, es wird jetzt langsam kalt und es fängt an zu regnen, oh, Mann, das Wetter ist ja richtig mies heute, okay, lass uns mal hier in die Stadt gehen, oh, hier irgendwo unter dem Dach am besten verstecken, ich glaub, wenn wir in so einen Laden wieder reingehen, ey, die schmeißen uns direkt wieder raus, guck dir, ja, guck dir den mal an, der sitzt da hinten hinterm Büro, oh, der starrt uns schon richtig komisch an, guck mal, guck mal, Spooky, wie der hier uns anstarrt, ich glaub, der schmeißt uns direkt raus, wenn wir hier reingehen, Oh, nein, ey, guck mal, wie, oh, was soll ich denn jetzt noch machen, ey, ich hab einfach kein Geld und die ganzen Leute sind richtig schlecht auf mich zu sprechen, oh, Mann, ich glaub, ich glaub, das liegt da einfach daran, dass ich hier einfach so einen Pappkarton anhabe und einfach nur einen Schuh, oh, Mann, so, ich glaub, der, oh, ich geh lieber von den ganzen Leuten weg, die sind richtig schlecht auf mich zu sprechen, oh, da was mit dem Bus hier passiert, oh, 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 der hat einen kleinen Unfall gebaut, okay, so, ähm, ich geh mal darüber zur Bushaltestelle, Ich glaub, da kann ich mich hinsetzen und erstmal darüber nachdenken, oh, Mann, wie ich hier einfach leben soll, oh, Mann, vielleicht hat der Geld, guck mal, ich frag mal den da hier, diesen Kumpel, oh, oh, wer sind die denn da, die sehen ultra reich aus, oh, 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 fahren Sie ruhig vorbei, fahren Sie ruhig vorbei, ähm, ich möchte, ich möchte nichts, Alter, Spooky, hast du das gesehen, guck mal diese Limo an, das müssen wahrscheinlich richtig reiche Leute sein, oh, Alter, sein Outfit leuchtet einfach golden, oh, mein Gott, der geht einfach in die Bank, wahrscheinlich gibt er richtig viel Geld ab, oh, Mann, der kommt bestimmt gleich aus der Bank, Oh, mein Gott, Spooky, schau mal, Alter, wie viel Geld hat denn der abgehoben, wie reich ist der bitte, der hat 9.999 Wobbidolle abgehoben, Junge, wie reich muss man sein, dass man einfach so viel Geld von der Bank bekommt, oh, ich wünschte, Spooky, ich wäre so reich, ey, oh, aber mit meinen lausigen hier, mit meinen lausigen Schuhen hier und meinen lausigen Oberteilen bekomme ich doch niemals einen Job, damit ich so viel Geld hier ansparen kann, oh, Mann, oh, entschuldigung, oh, oh, äh, hallo, hallo, Sir, was? Was? Sie wollen, Sie wollen mir das schenken? Ist es, ist es Ihr Ernst? Sind Sie sich sicher? Oh, nein, Sie können doch nicht so nett sein, well, bitteschön, Wobbidolle ist so nett und schenkt einem so viel Geld, Spooky, guck dir das an, oh, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, oh, mein Gott, vielen Dank, oh, kann ich irgendwas für Sie tun, vielen Dank, wie, warum sind Sie so nett, oh, mein Gott, Spooky, schau mal, Sie sind ja, Sie sind ja unglaublich nett, oh, mein Gott, das rettet mir einfach das ganze Leben, damit, Spooky, damit können wir uns ein Haus vielleicht kaufen, sogar essen und Klamotten. Oh, Spooky, oh, Spooky, schau mal, ich glaube, dieser, dieser reiche Typ hier, ich glaube, ich glaube, der ist unglaublich nett, Sir, kann ich von Ihnen vielleicht noch, noch, noch mehr mir nach, ich soll Ihnen folgen, oh, Spooky, hast du es gehört, komm, lass uns Ihnen folgen, ich glaube, er lädt uns mit nach Hause ein, kann das sein, oh, seine krasse Limousine, oh, mein Gott, Spooky, okay, ähm, Sir, ich würde kurz, ja, ich würde kurz das Geld einzahlen, okay, dann können wir, oh, ich folge Ihnen mal zur Bank, okay, ja, ja, okay, perfekt, okay, Spooky, ich zahle kurz das Geld an, guck dir das mal, oh, mein Gott, schau mal, wie der Banker schaut, der ist richtig anstauend, guck dir das an, dass er hier so einen Obdachlosen sieht mit so viel Geld, oh, oh, das habe ich gar nicht gedacht, er könnte auch, er könnte auch denken, dass ich das Geld geklaut habe, Spooky, oh, nein, ähm, Sir, schauen Sie mal, ich möchte das Geld hier einzahlen, ja, ich glaube, das ist in Ordnung, okay, ähm, das habe ich gerade geschenkt bekommen, ich habe es nicht geklaut, ja, ich zahle es jetzt ein, okay, ja, okay, Junge, wir haben jetzt 9999 Wobby-Dollar, Spooky, juhu, Junge, Junge, krass, oh, Junge, oh, Junge, aber wir müssen den Herren hier, den lieben Herren auf jeden Fall danken, oh, mein Gott, oh, wo ist denn da hin, oh, vielen, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, oh, ich kann Ihnen gar nicht genug danken, das war unglaublich, Sie waren, Sie waren meine Rettung, Sie waren mir, oh, ich soll Ihnen folgen, oh, was hat denn jetzt er noch vor, oh, in seine Limousine, oh, Spooky, seine Limousine, oh, okay, ich steig mal ein, ich steig mal ein, oh, Junge, schaut hier das mal an, Spooky, wie es da drin aussieht, oh, 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 wir fahren jetzt irgendwo hin, ich habe keine Ahnung, aber der nette Herr nimmt uns auf jeden Fall mit, ähm, auf eine nice Runde hier in Wobby, alter, guck mal, diese Limousine, da sitzt einfach, da ist ein Fernseher einfach drin, oh, Junge, krass, ich kann einfach hier ein bisschen Fernseher gucken, während ich hier in der Limousine umgefahren werde, oh, das sind auch kalte Getränke, oh, das Leben ist ja richtig gut hier, hmm, viel besser als in dieser Waldhütte, wo wir waren, Spooky, wir eigentlich nur 25 Dollar zahlen mussten, an Miete, aber das hier, boah, das ist krass, oh, mein Gott, Spooky, wo sind denn wir hier angekommen, schau mal, das, das ist die reiche Gegend, Wobby Live, guck mal, hier ist so eine krasse Villa, schau mal, oh, mein Gott, hier wohnt einfach der reiche Typ, schau mal, wow, alter, legt einfach Geld rum, da legt einfach 100.000 Wobby Dollar rum, oh, mein Gott, wo sind wir hier gelandet, das scheint das Zuhause sein von den, von diesen reichen Typen, schau mal, der ist so reich, der lässt einfach hier über das Geld liegen, alter, was macht denn der, was arbeitet der, bitteschön, oh, guck mal, der hat hier so ein reiches Auto stehen, alter, das muss wahrscheinlich so ein Oldtimer sein, so ein richtiger Luxus-Klassiker, alter, alter, und seinen eigenen, eigenen Brunnen hatte ich hier, okay, ich folge ihm mal, frage mich was, was er von mir möchte, er hat mir jetzt Geld geschenkt und so, oh, mein Gott, Spooky, schau mal, sein Zuhause, alter, was ist denn hier los, das ist ja alles voll mit Diamanten, Gold, Geld ohne Ende, eine goldene Hose, okay, ein, was, eine goldene Toilette ist hier, ein Diamant in der Küche, Junge, wie kann, wie reich kann man bitte sein, oh, Spooky, okay, wir müssen, wir müssen es auf jeden Fall gut mit dem, äh, verstehen, mit dem, mit dem Herrn hier, mit dem werten Herrn, hallo, guten Tag, guten Tag, guten Tag, oh, was, sie haben ja auch eine Frau, oh mein Gott, oh mein Gott, oha, oha, sind sie die reichsten Wobbly hier in Wobbly Live, oh mein Gott, das ist wohl das reichste Pärchen hier in Wobbly Live, oh mein Gott, oh mein Gott, alter, okay, äh, also schön, sie auf jeden Fall kennenzulernen, ich bin Ben, das ist Spooky, ähm, wie ihr sehen könnt, hatte ich leider nicht so viel Geld, ich hab leider nur ne, nur einen Schuhkarton an und so einen kleinen, kleinen Schuh an, ähm, vielen Dank auf jeden Fall fürs Geld, vielen Dank, dass ich hier zu Hause sehen darf, oh, sie möchten mir hier zu Hause zeigen, ja, gerne doch, oha, oh mein Gott, was, ich soll mich hier umziehen? Und, was, oh mein Gott, vielen, oh mein Gott, vielen Dank, oha, oh mein Gott, liegt da einfach Geld rum, da liegt einfach Geld rum im Schlafzimmer, oha, alter, oh mein Gott, okay, ähm, dann würde ich mich kurz umziehen, dann sehen wir uns gleich wieder, oh mein Gott, Spooky, schau dir das mal an, oh mein, ich wünschte, es wäre mein Zimmer, guck mal, Spooky, wie cool ist das bitte hier, oh Junge, oh Junge, so reich muss man mal sein, okay, ich zieh mich kurz um, so, oh, dann muss ich auf jeden Fall, ihr kleines Schrank ist ja komplett voll, schau mal, Spooky, die haben alles an Klamotten, die haben die reichsten Klamotten hier in Wobbly Life, oh, 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 dann würde ich sagen, Spooky holen wir uns auf jeden Fall ein teures Outfit, oder? Ich glaube, wenn wir schon so eine reiche, so eine reiche Familie hier sind, dann würde ich sagen, müssen wir uns irgendwie anständig anziehen, oh, so ein golden, oh, Spooky, schau mal, was die haben jetzt in ihrer Drobe, das ist wie beim, vom netten Herrn hier, so ein leuchtend goldenes Sakko quasi, oh, mein Schwarz, diesmal die schwarze Edition, oh mein Gott, schau mal, Spooky, wie ich aussehe, oh mein Gott, einfach ein neuer Mensch, oh mein Gott, jetzt sehe ich auch aus wie so ein Millionär, einfach, wow, ich glaube, jetzt passe ich hier so richtig rein, oha, einfach so viel Geld, okay, sagen wir mal den Hallo wieder, ich glaube, die werden sich auch wundern, wie ich aussehe, so, schauen Sie mal, was ich hier in Europa gefunden habe, oha, schauen Sie, dann sehen Sie ziemlich ähnlich aus, oha, ich muss schon sagen, auf jeden Fall ein sehr, sehr schickes Outfit, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, vielen, vielen Dank dafür, es ist auf jeden Fall sehr, sehr nett von Ihnen, dass Sie mir auf jeden Fall ein Outfit geschenkt haben, vielen, vielen Dank, oh, ich soll Ihnen folgen, okay, ich folge Ihnen mal, so, ähm, hier, oh mein Gott, machen wir, gehen wir runter, ähm, okay, ich folge Ihnen mal, okay, so, oh, was, was, was kommt jetzt wohl als Überraschung, nicht echt gespannt, Spooky, so, ähm, ja, oh, was, oh mein Gott, sie schenkt, sie schenkt mir den Oldtimer, oh mein Gott, was, Alter, einfach, dieses schicke Auto, oh, mit was, mit was, oh mein Gott, vielen, vielen Dank, vielen Dank, oh, womit habe ich denn das nur verdient, oh, Spooky, Alter, heute ist einfach unser Glückstag, einfach unser Glückstagsbrücke, oh, ich kann nicht mehr, Alter, das ist zu viel Glück hier auf einmal, Spooky, ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, was darüber denken soll, oh, ich glaube, ich werde ohnmächtig, Spooky, das ist, ist das alles nur ein Traum, ist das nur ein Traum, bitte, Piks, Michi, ich, ist doch kein Traum, oder, oh, nein, es ist einfach die Wahrheit, oh mein Gott, Alter, oh, das ist ja so abgefahren, oh, soll ich da mal einsteigen, soll ich mal einsteigen, ja, komm, fahren wir eine Proberunde, okay, wir fahren mal eine Proberunde, okay, ähm, wir sehen uns dann gleich, okay, wir kommen gleich wieder zurück, oh, guck mal, wir fahren jetzt, oh, mit diesem schicken Modell hier, fahren wir jetzt eine nice Runde, oh, wie cool sieht denn das aus, mega, oh, ich glaube, die anderen Leute hier in Wobbileid werden einfach staunen, was, oh, Spooky, ich glaube, wenn wir, wir würden mal die anderen Leute hier zeigen, die haben mich ja nur als Obdachlose gesehen, wenn sie jetzt plötzlich sehen, dass ich hier so ein reicher Typ bin, oh mein Gott, dann werden sie alle einversüchtig, ey, Alter, ist das ein krasses Auto hier, oh, das ist so abgefahren, oh mein Gott, oh, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir eine kleine nice Runde drehen, so, oh mein Gott, Spooky, wir sind hier einfach am Hafen angekommen, oh, oh, was uns wohl hier erwartet, jetzt bin ich echt gespannt, let's go, oh mein Gott, schau mal, wo der hinrennt, oh, oh mein Gott, was ist das, Spooky, siehst du das, oh mein Gott, sag mir nicht, dass es diese Yacht ist, diese ultra teure Yacht, oh, das war doch klar, oder, dass er die besitzt, die besitzen einfach komplett, ich habe das Gefühl, die besitzen irgendwie hier ganz, ganz viele Häuserchen, Wobbileid, Spooky, oh mein Gott, schau mal, Spooky, das ist einfach die ultra teure Yacht hier, oh mein Gott, und wir dürfen einfach damit fahren, oh, komm, komm, lass uns schnell einsteigen, Spooky, oh, wie cool ist das denn, das ist so nett, guck mal, wir lassen uns direkt nach vorne gehen, ans Steuer, beziehungsweise hier können wir ein bisschen Ausschau halten, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Alter, was passiert hier, oh, Alter, oh, das war mir richtig übel, oh mein Gott, oh, mich, Schleudergang, Hilfe, Schleudergang, Alter, oh nein, oh nein, oh, 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 oh Es wird richtig übel, wenn ich auf Schiffen bin, Spooky. Oh, das habe ich eigentlich niemandem erzählt. Oh nein. Aber das muss ich jetzt aushalten. Dieses Schiff ist einfach... Diese Jacht ist einfach zu krass, Spooky. Ich muss da durch. Oh, ich versuche mich hier festzuhalten. Oh, es ist übel, ey. Es ist so übel. Wir fahren nicht mehr lange. Oh nein. Oh mein Gott, wo sind wir jetzt angekommen? Oh. Einen Moment, einen Moment. Oh, ich muss einmal kurz... Warte, lass mich bitte. Ich brauche nur kurz eine Sekunde, okay? Ich komme gleich, ich komme gleich. Ich muss kurz hier in den Busch hier. Einmal kurz hier. Oh. 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 Oh, schon besser, Spooky. Oh, mir geht es schon viel besser. Das musst du einmal raus. So. Okay, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Okay. Also, jetzt haben wir einfach die Jacht hier geparkt. Schau mal. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Ich frage mich, was uns jetzt wohl erwartet. Hier ist doch der Flughafen. Hä? Sagt mir jetzt bitte nicht, dass ihm auch ein Flugzeug gehört. Hä? Was gehört ihm denn noch alles? Kann es sein, dass ihm einfach so eine Insel hier in Wobby live gehört? Ey, wie reich kann man denn bitte schön sein? Nein, ich glaube, das sind wirklich die reichsten Eltern, die ich hier gesehen habe. Oh, oh. Spooky, stell dir vor. Spooky, stell dir mal vor. Wir werden einfach von ihr adoptiert worden. Oh, wow. Und dann einfach nie wieder sorgen, um Hunger zu haben oder sonst was. Oh, ich muss sie mal nachher fragen. Vielleicht wird das was. Okay. Oh, krass. Ist es einfach ihr privates Flugzeug hier? Auf ihrem privaten Flughafen hier? Wow. Darf ich da mitfliegen? Ja? Okay. Ähm, ich steig mal hinten ein, okay? So, hier. Ähm, ja, warte. Hier, so. Ich bin drin. Ich bin drin. Okay. Sie können losfliegen, wenn Sie möchten. Oh, mein Gott. Spooky, mein erstes Mal im Flugzeug fliegen. Alter. Oha. Krass. Oha. Oha. Wow. Alter, geht es ab. Geht es ab. Und Spooky, das Beste ist, wir werden gar nicht so schwindelig. Nicht wie beim Schiff. Oha. Alter. Junge. Oha, geht es ab. Geht es ab. Oh. Schau mal, Spooky. Da drüben. Das ist diese reiche Insel. Oha, Alter. Ich glaube, der macht so ein paar Tricks hier. Ich glaube, der macht so Looping und sowas. Ich glaube, das ist ein sehr geübter Flieger, so wie das aussieht. Oha, der fliegt richtig knapp über die Häuser. Alter. Guck mal. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der muss... Oh. Bitte aufpassen. Bitte aufpassen. Oh, kein Unfallbau. Ich habe Angst. Die bekommen sonst Angst hier. Oh, oh. Oh. Ich glaube, der dreht hier seine Runden. Schau mal. Oha. Alter. Oh, ich glaube... Ich glaube... Was hat denn der jetzt vor? Oh, der fliegt richtig... Oh, ich glaube, der hat seinen Führerschein hier auf jeden Fall. Einen Profiführerschein gemacht, so wie das aussieht. Schau mal, wie knapp er fliegt. Oha. Alter. Der fliegt ja einfach über die Stadt. Guck mal. Die haben Boblis, glaube ich. Die bekommen alle Angst hier. Oha. Alter. Ist das krass. Oh, das ist das erste Mal, dass ich mit einem Flugzeug fliege. Junge, geht es ab? Schau mal. Oha. Und wieder hoch. Alter. Wuhu. Junge. Oha. Guck mal, wir landen wieder. Oha. Das war jetzt ein richtig krasser Rundflug. Oha. Alter. Alter. Gezeigt haben, was für ein krasses Flugzeug sie haben. Oh, ich soll ihn weiter folgen. Ey, das hört aber heute nicht mehr auf. Spooky, guck dir das mal an. Das ist eine Sache nach der anderen. Oh, was sind das für Sachen? Oh, ich glaube, da sind irgendwie Autos explodiert oder so. Okay. Und warum auch immer? Oh, da war auch eins. Ich glaube, er ruft gerade an. Oh, guck mal. Der hat so ein Sportauto bekommen. Alter. Ist das krass. Ein schwarzes Sportauto. Ich steige mal ein. Okay. Oha. Die sind richtig krass aus. Sehr, sehr gefährlich, muss ich sagen. Sieht das aus. Oha. Oha. Junge. Einfach so ein krasses, heftiges, passendes oder anderen Limousin da drüben. Oh, Junge. Oh, was ist mit dem denn los? Guck mal. Ich komme richtig ins Schwitzen. Alter. Oha. Der trainiert mal heftig hier. Guck mal. Sein Bizeps an. Oh was. Er kann das auch heben. Junge. Was? Oha. Alter. Alter. Mit einer Hand. Mit einer Hand. Junge. Was für einen krassen Bizeps hat er bitte. Der hat auf jeden Fall richtig lange trainiert. Darf ich auch mal? Ich probiere es mal auch. Okay. Ich probiere mal auch. Schaffe ich das? Spooky. Komm schon. Einmal. Komm schon. Oh. Ich schaffe es nicht. Komm schon nochmal. Ich benutze beide Hände. Oh. Ich schaffe es nicht. Oh nein. Meine Arme. Meine Arme. Ich habe einfach richtige Laucharme hier. Oh nein. Ich habe einfach nicht genug Kraft. Ich bin viel zu schwach. Ich habe viel zu lange gehungert und nichts mehr gegessen. Ich glaube, deswegen bin ich so schwach hier einfach. So. Okay. Lass uns ein bisschen fahren. Ich muss auf jeden Fall viel mehr trainieren. Und viel mehr essen, damit ich wieder so viel Kraft bekomme. Oh. Also ich muss schon sagen, der Typ hier lebt auf jeden Fall sein Luxusleben richtig krass aus. So. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Er holt einen Hotdog. Guck mal. Spooky. Oh. Cool. Wir bekommen einfach einen Hotdog. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh. Ich habe tierisch Hunger. Vielen, vielen Dank. Mh. Oh. Der Senf ist richtig lecker. Oh. Vielen Dank. Bitte, bitte ein bisschen mit Senf drauf. Ja. Okay. Nice. Oh. Jetzt aber. Mh. Oh. Ist das lecker. Alter. Wop. Alles reingegessen. Wop. Perfekt. Okay. Wir setzen uns wieder rein. Und Abflug. Oh. Junge. Krass. Alter. Ist ja mal richtig abgefahren hier. Oh. Aber bitte nicht zu schnell fahren. Ja. Sonst bekomme ich richtig Angst, wenn sie zu schnell fahren. Oh. Diese Aussicht hier. Man lebt hier wirklich das Traumleben. Der Sonne scheint. Es gibt nichts besseres. Oh. Die sind hier wohl jetzt angekommen in der... Oh. 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 Ist das... Ist das auch ihr Haus? Oh. Oh. Spooky. Das ist... Kann es sein, dass es ihr Sommerhaus ist? Hallo. Oh. Hallo. Werte Dame. Hallo. Sie sind ja auch hier angekommen. Ist das etwa ihr Sommerhaus? Oh. 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 Spooky. Spooky. Schau dir das mal. Oh. 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 Spooky. Spooky. Alter. Das bedeutet ja, dieses Haus in der Stadt. Es war ja einfach nur eine Minivohnung und das ist ihr Sommerhaus. Alter. Oh. Oh. Heute ist er noch viel reicher als gedacht. Guck dir das mal an, Spooky. Denen gehört einfach diese Riesenvilla hier mit diesen krassen Garten, Helikopter. Die haben einfach alles. Okay. Ich frage die mal, okay? So. Ähm. Ich hätte mal eine Frage, okay? Ich würde sie gerne was fragen. Ähm. Also. Ich habe mich mal kurz mit meinen Spooky, meinem Haustee besprochen. Und ich würde sie gerne fragen, ob sie mich vielleicht adoptieren möchten. Ich habe jetzt gesehen, sie sind zu zweit. Oh. Ja. Oh mein Gott. Oh. Vielen Dank. Oh mein Gott. Das heißt. Das heißt. Sie sind jetzt meine Eltern. Oh mein Gott, Spooky. Das sind jetzt meine Eltern, Spooky. Guck mal. Die reichsten Wobblis hier sind einfach meine Eltern jetzt geworden. Die haben mich adoptiert. Oh mein Gott, Spooky. Damit, damit gehöre ich zur reichsten Familie hier im Wobblilife. Oh mein Gott. Wie krass. Okay. Ich soll ihm folgen. Okay. Okay. Laufen wir mal, laufen wir mal dahin. Ich glaube, es gibt, glaube ich, noch eine Überraschung, oder? Ich folge, ich folge dir noch früher. Okay. Dann ist das jetzt wohl meine Mama und das ist jetzt wohl mein Papa. Okay. Sollen wir uns hier dranhängen? Okay. Ich hänge mich mal dran. Oh mein Gott. Meine Eltern sind einfach jetzt ultra rich, ey. Alter. Oha, Spooky. Wir haben es geschafft. Von dem armen Wobblis hier zum reichsten Wobblis überhaupt. Oha. Krass. Mal schauen, wo wir jetzt noch hinfahren. Alter. Das ist überraschend. Oha. Aua. Ich habe eher meinen Kopf angeschlagen. Oha. Ich sollte mich nicht zu sehr freuen hier. Oh. Okay. Mir geht es wieder besser. Let's go. So. Ich hänge mich dran. Ich hänge mich dran. Ich bin dran. Let's go. So. Wuhu. Abflug. Oha. Aua. Alter. Mich hat es weggefetzt. Oha. Einfach so eine Laterne im Gesicht. Ich bekomme. Aua. Aua. Alter. Ich werde hier zerfetzt. Was passiert hier? Ey. So hänge ich jetzt dran. Hilfe. Sie foltern mich. Ich werde gefoltert. Oh mein Gott. Der Sprung des Todes. Wuhu. Aua. Ich fresse Schle... Ich fresse den Asphalt. Oh mein Gott. Was machen die mit mir? Ich werde entführt. Oh nein. Da lang. Da lang, Sir. Da lang müssen sie. Ich gebe ihnen in die Richtung vor. Offen. Aua. Oh mein Gott. Aua. Die töten mich. Weshalb geht die töten mich? Ich werde hier getötet. Die haben mich verarscht. Und wir hängen geadoptiert. Die bringen mich um. Okay. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Alles gut. Die Fahrt war ein bisschen holprig. Aber mir geht es gut. So. Alles okay. Ich glaube. Ich glaube. Ein bisschen habe ich. Ein bisschen. Ein bisschen. Eine kleine Schramme habe ich abbekommen. Aber ich glaube. Sonst geht es mir gut. Okay. Ich steige mir wieder ein. Oh mein Gott. Spooky. Wo sind wir nicht hier? Oh mein Gott. Wir gehen zusammen ins Kino. Spooky. Spooky. Wow. Cool. Hier gehen. Oh. Popcorn hast du schon gekauft? Hab ich hier. Okay. Perfekt. So. Uh. Nice. Meine Mutter hat mir Cola gekauft. Perfekt. Spooky. Okay. Dann lass uns den Film schauen. Oh Junge. Wie geil ist das? Das ist einfach der beste Abschluss überhaupt. Wir gehen einfach zusammen. Oh. Da ist ein Geschenk. Nice. Erst mal einsammeln. Guck mal. Da läuft ein cooler Film. Okay. Schnell. Hast du die besten Plätze reserviert? Ja? Okay. Am besten hinten. Leute. Ich sage es euch. Die besten Plätze sind immer hinten. Hinten an der Wand. Okay. Nice. Oh mein Gott. Leute. Der Film startet schnell. Psst. Psst. Nicht mehr reden. Nicht mehr reden. Oh mein Gott. Leute. Guckt mal. Ich glaube da geht es um eine Verfolgungsjagd. Ey Leute. Das war auf jeden Fall eine richtig nice Folge. Hier. Schaut mal. Ich wurde adoptiert von den reichsten Eltern hier in VobiLive. Und übrigens Leute. Schaut mal hier drüben. Da läuft einfach eine Verfolgungsjagd. Falls ihr die Folge anschauen wollt. Schaut mal da unbedingt rein. Da sind wir von den Polizisten abgehauen. Oh. Das war so krass. Dass ich aus dem Gefängnis ausgebrochen bin. Oh. Das ist verrückt. Leute. Schaut euch dieses Video an. Und viel Spaß auf jeden Fall noch beim Anschauen. Leute. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Nicht vergessen zu abonnieren. Und. Wir sehen uns im nächsten Video. Leute. Haut rein. Und. Ciao.